Hi meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Wir stehen in der Buchhandlung und müssen diesen blöden Tresor öffnen. Und ich weiß nicht mehr genau, was wir dafür brauchten. Deswegen muss ich nochmal nachschauen. Das ist meine Maus-Sensibilität, wir ein bisschen runterstellen. Das ist ein bisschen too much. Da. Da. Und zwar möchte ich gerne die erste. Mhm. Die zweite. Ich sehe unsere White Queen von der darken Soldaten. Ich sehe unsere Nummer dwindling. Und meine Wille strengthens als meine Apprehension grows. Wir werden nicht mehr so sein, die Dinge der Destiny zu spielen. Liebe Freund, ich danke Ihnen wieder für die Antheologie von Arken-Editionen. Ich muss mir den Tresor nochmal angucken. Wenn ich noch wüsste, wo der war. Die haben wir uns letztes Mal schon angeschaut, ne? Ja. Ähm. Nehmen wir mal das hier, damit ich nicht so viel Öl verbrauche. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Hier ist ja relativ hell. Äh. Wo war der Tresor? Wahrscheinlich nicht im Eingang. So viel ist sicher. Huh. Was haben wir denn hier? Äh. Natürlich lesen. Malios Bestiarium. Die Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit Phantasmagorischen Bildern illustriert. Okay. Das wird dein Schicksal verändern. Ökologismus. Fortschritt. Okay, der Tresor war, glaube ich, hier hinten irgendwo, oder? Das haben wir uns, glaube ich, alles auch schon angesehen. Das haben wir uns alles aber auch schon angeguckt. What did Drake say about this collection? Hier, da war er, genau. Was brauchen wir hier nochmal? Zahlen. Nice. Right. Was sind keine Hinweise? Nur drei Zahlen? Hier ist noch ein versteckter Gegenstand irgendwo. Da. Oder? Ein merkwürdiges Amulett. Ich habe das Gefühl, ich hätte es nicht touchen können. Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich den Buchladen durchsuche. Jagdhund. Haben wir noch Fähigkeitspunkte? Neue Orte haben wir. Wohnsitz des Senders. Das Haus des Senders ist in seinen Rot- und Goldtönen ist beeindruckend. Das ganze Stück ist allerdings die private Galerie von Francis Sanders. Sie ist riesig und ganz an der Leidenschaft für schauerliche und makabre Werke gewidmet. Verunstaltete Jungfrauenfiguren, Opferdolche, Monsterstatuen. Und im Zentrum des Ganzen das Gemälde, das ihm schließlich zum Verhängnis wurde. Der Schlurfer. Ein Gemälde von Sarah Hawkins, einer engen Freundin des Paars. Was in diesem Raum geschehen ist, werde ich wohl nie vergessen. Das glaube ich auch. Und die namenlose Buchhandlung, die sind wir jetzt. Eine solche Sammlung von Werken zu Magie und Okkultismus habe ich noch nie gesehen. Elgin and Drake, der Besitzer, rühmt sich damit. Eine Koryphäe auf dem Gebiet esoterischer Phänomene zu sein. Die Buchhandlung wurde bei einem Einbruchsversuch durchwühlt. Im Hinterzimmer befindet sich ein Tresor, der durch ein uraltes Symbol geschützt ist. Dolch der Alten. Dieser außergewöhnliche Dolch aus manischen Ursprung stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Es trägt das Symbol der Alten auf dem Heft. Angeblich gehört er Pagali Ibrahim Pasha. Großvisier am Hofe Suleiman des Prächtigen. Die Legende besagt, dass Pagali das Symbol auf dem Dolch benutzte, um den Hof vor einer Kreatur zu schützen, die sich in den Spiegeln des Palastes bewegte. Sicher ist, dass Suleiman sein Visier hat hinrichten lassen. Fürchtet er ihn nach dieser Demonstration der Macht? Eine Kreatur, die sich in den Spiegeln bewegt. Gemäldetes Schlurf aus dem Gemälde war in der Galerie von Francis Sanders ausgestellt, aber ich glaube, die Kreatur benötigte es nicht länger, um sich fortzubewegen. Zuletzt wollte es Sanders in den Kellern des Riverside Instituts erledigen. Ich weiß nicht, wo dieses Wesen herkommt, aber fest steht, es hat Hunger. Habe ich es erfolgreich in seine Welt zurückgeschickt? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt haben wir noch den Jagdhund. So begeht nicht den Fehler, dieses Schmuckstück für einen unbelebten Edelstein zu halten. In diesem Jahr der Amulett liegt die Seele eines mächtigen Zauberers, dem Verschlinger des Lenk-Kultes, einer Sekte Zentralasiens. Die charakteristische Form, ein großer Jagdhund, spiegelt die Verwandlung des Zauberers in einen menschenfressenden Ghul wider. Wer auch immer das Amulett findet und trägt, riskiert den Zorn des Zauberers auf sich zu ziehen. Er wird in Form eines mächtigen Jägers zurückkehren, um alle Schänder zu jagen und zu zerfetzen. Nett. Nettes Ding. Jaja. Gut, die Rollen hier, die Walzen hier haben wir gerade gehört. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube nicht. Drakes Memorien. Oder Memoiren. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und mein Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wir haben es schon gelesen, aber ich muss es nochmal lesen. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Schafsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in drei Walzen versteckt. Jeder davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe vor organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person, oder eher ein Genie, meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Amitetsch an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt des Ressorts ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen ihres Handelns erleben können. Okay, wir haben die Walzen. Aber ich fand die Walzen ziemlich nichtssagend, to be honest. Wir haben uns alles, glaube ich, aber schon mal angeguckt, als wir es aufgenommen haben. Okay. Hinweise will ich nicht. Was ist denn hier noch? Das haben wir doch schon aufgedeckt, oder? Also, ich weiß nicht, warum da immer noch ein Ausrufezeichen ist. Hm. Nun gut. Die drei Walzen, die sollen uns weiterbringen, ja? Ja, davon war die Rede in der zweiten Walze, glaube ich, ne? Von dem Schachbrett, aber... Die Königin hat wenig Protektion. Ja. Ja. Das mag stimmen. Wo ist der... Das Abspielgerät da. Also fangen wir mit der ersten an. Was soll ich denn damit? Von roten Tropfen war die Rede, ne? Wo hab ich denn angefangen? Wenn ich jetzt so anfange, die zu zählen, ne? Hier bei diesem Riss fangen wir an. Eins, zwei... Drei... Vier... Fünf... Fünf Stück. Ich glaub nicht, dass das irgendwie richtig ist, aber... Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. So, die zweite Walze müsste das Schachbrett sein, ne? Naja, es stehen aktuell noch vier weiße Figuren auf dem Brett. Das ist eigentlich viel zu einfach, als dass das die Lösung sein könnte. Aber ich will es trotzdem probieren, falls es die doch ist. Ne, dritte... Buch neun... Ja, das ist doch neun. Eine Gedichtssammlung von Edward Pickman Derby, auch als Albtraum-Lyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei ihrer Veröffentlichung in 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Derby war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten wie Esoterik und das Übernatürliche. Aber das ist doch neun, oder? Finde ich jetzt doof. Sagt er das bei jedem Buch, was ich auch... Das ist sieben. Ja, neun. Was soll ich hier denn jetzt rausnehmen? Das ist Band neun. Ich kann mir das Buch ja nicht mal angucken. Warum kann ich in dem Buch denn nicht blättern? Hmm. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Hmm. Ich glaube, es ist neun. Es ist dieser Band, definitiv. Der Titel stimmt auch. Ich würde da auch gerne drin blättern in dem Buch. War da noch was? Ne, war, glaube ich, nur ne Reflexion von der Scherbe. Ähm. Hi, Luna. Drake talked about a particular volume. Ja. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Äh, war das nicht vorhin das Buch? Ja. Meine Katze hat sich gerade auf meine Tastatur gelegt. Moment. So. Warum darf ich hier nicht drin blättern? Nach oben und unten kippen kann ich das auch nicht. Neun. Das ist auch nichts. Das ist einfach nur ne Reflexion. Hm. Ähm. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Vielleicht ist, äh, vielleicht ist neun hier auch richtig. Und die anderen Zahlen sind falsch. The Queen has little protection. Das sind so viele Schwarze. 4, 7. Aber die anderen sind ja eigentlich raus. Ja. 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 Also bei dem ersten bin ich mir eigentlich relativ sicher, weil ich nicht weiß, was sonst gemeint sein sollte und warum man sonst diesen blöden Pokal aufnehmen können sollte. The Chalice of Knowledge. Okay, ich bin ehrlich und ich, äh, habe nachgeguckt, weil ich partout nicht weitergekommen bin. Und ich war auf dem richtigen Weg. Allerdings hätte ich hier einfach die Königin nicht mitzählen dürfen. Das heißt, das sind nicht 4, sondern 3. Der Rest war aber richtig. Okay. 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 Kapitel 8 Riverside Institut In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spur eines versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Dr. Colden, diese Kondition ist deteriorating. What's his Dr. Fuller? It's his patient, after all. He, he's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Ähm, okay. Wo sind wir jetzt? Ähm... Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? We have to look at him first. Yeah, we'll look at him first. Okay. Okay. Träces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Ew. Uh, alles. Uh, alles. Klysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier. He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Okay. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified. Not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Mm-hmm. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry. That the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Okay. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Ähm, ja, die Symptome auch vor allem, ne? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know you're a thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Er kann doch nicht sagen, dass das dem, in Anführungszeichen, nichts fehlt, oder dass der vollkommen genesen wird und so weiter. Ich meine, wenn der schon Ringe, also quasi klebrige Ringe, also Saugnipfer an den Finger bekommt, ich meine, hallo? Bisher ist nicht von Verbrechen die Rede, beweisen sie in den versteckten Akten. Okay. Wir wollen also die geheimen Akten einsehen, um seine Machenschaften hier aufzuklären, beziehungsweise aufzuzeigen. Chronic insomnia, like half the island. Hmm? This place draws you in and never lets you go. High security unit. Oh no, das sieht wieder nach einem Bereich aus, wo ich mich hoffnungslos verlaufen werde. Das sieht größer aus als gedacht. Doktor, bitte. My chest. Oh. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. he's undergoing a ventricular fibrillation nurse Debra come and help me please his potassium level is too high replace it with 2% glucose solution with insulin calcium and sodium bicarbonate I'll tend to it right away thank you he's in your hands Da liegt noch was Was ist sein Heifieber? Was ist passiert? Ich dachte wir könnten ihn die anderen Sachen auch noch fragen Ich habe einen Schiff Ich habe ein Schiff Ich habe einen Schiff Ich habe einen Schiff Sie hat eine Schiff Er hat sich nicht mehr geholfen. Aber Fuller konnte sie seine Kidney Was ist der Boiler Room Key hier? Der Kader zu den Boiler Room. Nicht wo ich es erwartet habe. Die Kader zu den Boiler Room. Nicht wo ich es erwartet habe. Wir brauchen den noch her. Das Bett ist leer. Guckt nicht so gruselig. Intoxikation von organischen Vaporen. Warum hat niemand mir über ihre Anmeldung erzählt? Irene Sanders Krankenakte. In der Akte wird der Zustand beschrieben, in dem Irene Sanders ins Riverside Institut eingeliefert wurde, sowie die verabreichten Behandlungen. Fuller fügte handschriftlich eine Notiz hinzu. Er empfiehlt sie in den psychiatrischen Flügel zu verlegen, um ihr die Ruhe an Erholung zu geben, die sie benötigt. Aha. Nicht ansprechbar. Ich glaube, dann haben wir soweit alle. Ja. Gut, dann gehen wir hier mal weiter, ne? Und verlaufen uns mal fröhlich. Ja. Ja. Okay, da gucke ich gleich rein. Wenn ich jetzt noch durch weitere Türen gehe, dann... Kann ich da? Kann ich nicht. Gut. Okay, da ist ein einzelner Raum, das ist gut. Und hier ist ein Schrank, das ist nicht gut. Das soll Essen sein. Nein, schau es wieder auf. Gut, dann hätten wir das. Okay, äh, Medizin. Das ist der Raum, in dem wir eben waren, ne? Oder? Ja, doch, hier waren wir eben. Genau, das war die andere Tür. Fusel im Auge. Ähm... Tag. Ein Rezept für... A Barbie to Raid. Ausgestellt von Dr. Fuller. Diese pseudowissenschaftliche Abhandlung von César Lomboso setzt die Morphologie, Gier eines Menschen im Kontext zu dessen krimineller Veranlagung. Die Ernsthaftigkeit der Studie und die Genauigkeit der Demonstrationen können einen uninformierten Leser täuschen. Okay. Das war's hier, wie es scheint. Überall geht's hier weiter, ey. Was ist das hier? Was ist das hier? Oh, das Wasser ist schön und die Mitte da unten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist wohl ein Nein. Administration... Okay, wir stellen uns jetzt hierher und machen einen Cut, weil es ist definitiv Zeit dafür. Ja, ich bin gespannt, was wir so rausfinden. Die Machenschaften von Dr. Fuller würde ich natürlich auch gerne aufdecken. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wenn auch immer ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.